Der Höhepunkt des Jahres. Drei Sternzeichen haben ihre besten Momente 2024 noch vor sich. Für Wagen ist ab jetzt alles im Flow. Sie erleben in den kommenden Wochen einen Durchbruch. Feiern Sie diesen Erfolg ausgiebig. Sie haben es sich verdient. Wassermänner erleben ein besonders friedliches Ende des Jahres. Ihnen fliegt in dieser Phase alles zu, sodass sie sich auf ihr privates Glück konzentrieren können. Genießen Sie jetzt einfach. Steinböcke erleben zum Ende des Jahres einen romantischen Höhepunkt. Seien Sie bereit für Herzklopfen. Liebes Planet Venus beschert Ihnen pures Glück.